Du, Martina, schau mich, heute ist der 20. Dezember, 4. Advent, Mensch, sie sind da. So, das haben wir fast vergessen. Jetzt stimmt. Du, was anderes, was treibst du da eigentlich? Kreuzworträtsel, helfst du noch ein wenig? Kreuzworträtsel, okay, dann schaut das schon gut aus. Heißgetränk, wäre der Tee sein. Das kommt der Tee sein, ja, den haben wir mir am Tisch, der Tee. Dann haben wir da, bayerisches Wort für Weihnachtsgepäck mit A-L hinten raus. Blödsau. Blödsau. Leckerl, ich sag Leckerl. Sagst du Blödsau? Kannst du auch sagen. Aber das hat ja zwei Platz, gell? Leckerl, Blödsau. Schauen wir mal, was ist denn hinum zugefragt? 14 Burgstaben, Chef einer Gemeinde mit E-R hinten raus. Jetzt wenn wir von Blödsau sein, mit B. B, dann wird es der Burgermeister. B, E-R hinten raus. Aber es ist auch noch kein Blödsau, es ist auch noch Leckerl. Leckerl, was ist denn das da? Chef einer Gemeinde mit L, 14 Burgstaben. Liane Sedlmeier, siehst du das? Ganz genau. Jetzt haben wir das Lösungswort. Du bist da und auf das wäre jetzt voll mitgekommen. Ja, so passt. Überhaupt, Liane Sedlmeier. Was wäre denn die da am Fürth noch erwähnt? Schauen wir nach. Das wäre interessant. Genau, da schauen wir nach. Die besuchen heute. Genau. Wir müssen jetzt hören. So ist es. Hallo, grüß euch. Ja, das ist eine Überraschung. Ja, die werden wir schon gescheitern. Jetzt sind wir willkommen. Hallo, grüß euch. Ich bin jarruf, die wir schon mistaken haben. Vielen Dank. Mein Ohr, wo grüner weg durch den Mond kommt, steht es einfach vor, solange wir lieben, solange dies man spielt, wir sollen frei sein, wir werden nicht. Wir sollen frei sein, wir werden nicht. Wir sollen frei sein, nur noch vieles conceive, die meisten mir dafür. Das war ganz toll. Wir haben uns helfen, wo wir uns nachhören können. Ja gerne mag ich die. Da freue ich mich aber. Das wäre jetzt ein Papier. Es macht zur Zeit nicht so viel Termine. Da passt das.